Dann hast du ja noch welche gemacht, oder? Ja, ja. Feiertort. Oh, da oben da auch. Geil, mein Minecraft ist schon wieder abgeschmiert. Jetzt im Ernst? Ja. Deine Lokomotiven sind fertig. Was brauchst du noch? Ähm... Es gibt eine Schiene, die heißt Lockdown oder so Schiene. Also Lock wie jetzt das? Schloss oder Loco-Motive? Keine Ahnung. Gut. Dann schauen wir jetzt mal durch die Schienen durch. Boarding-Track, Holding-Track, Runway, Control, Launcher... Suspend... ... und Gated-One... Meinst du die Train Boarding-Tracks? Nee, glaub nicht. Train Holding, Power-Coppler, Reinforce, Buffer... Ja, das ist jetzt grad sehr, sehr interessant für die Zuschauer. Ah, hier, Lockdown-Track. Ja, ich glaube es war die Lockdown-Track. Ich sag mal, sollte das nicht irgendwie mal so ein bisschen hier an... ... das Erinnern kann mal nachkommen. Oh, ich glaube das Ei ist wieder abgeschmiert. Oh. Oh. Was. Ach. Oh. Ähm, okay, interessant. Die Zellen wollen einfach nicht gecraftet werden. Komisch. Nicht in der Playbending-Maschine eingeschrieben. Ich mach das mal anders. Okay, jetzt arbeitet sie. Hm, komisch. Ich weiß, wie ich das gemacht hab. Einmal draufgetreten? Nee, das war meine zweite Idee. Ah, okay. Ich hab jetzt erstmal nur geguckt, wie es aussieht. Ob ich einfach nur, wenn ich nur Zimtplatten mache, das funktioniert. Naja. Ich find es nicht, ich find es bei 6 Dauntlets, die wieder recycelt werden können. Okay, Tanks und Dingods können auch nicht gescannt werden. Perfekt. Kann überhaupt irgendwas gescannt werden? Ja, Iridium. Ich schau mir nicht mal genau an, was gescannt werden kann. Okay. Okay, Lockdown Track. Das ist... Das war sehr schlecht. Das ist Gold. Das ist... Blablabla. Das ist von IC2, oder? Ja. Ja. Wie viele von diesen zwei Lockdown Tracks brauchst du? 3. 3 Schienen. 3 Schienen. Du kriegst von mir 16. 3 Schienen. Hier, das können wir auch machen. Redstone, Clay. Kapislatsphine, Nether. Aber Resin und jetzt wieder krank. Opferzinn und... Dickie Resin. Wann bist du am gucken? Ich hab grad nachgeschaut, was alles geht. Ah. Mit dem Scanner. Ähm, hab grad dann den Lockdown Tracks hier reingetan. Was brauchst du noch? Ah, warte mal kurz. Ich hab lags ohne Ende. Hast du den ME-Controller abgebaut? Ja. Ja. Oh, ok. Das sind meine neue Linken. Ich weiß auch echt nicht, wieso. Aber momentan fehlt mir echt wieder die Lust an der Bienenzucht. Also, da ist momentan nur eine echte Motivation vergangen. Nein, kein Bauxit. Da geht Kopfer. Ach, hatte ich eigentlich schon erzählt, dass ich momentan wieder richtig körperlich am Skates am suchten bin. Echt? Mhm. So ähnlich geht es mir gerade mit Skyfactory. Ach stimmt, du hast erzählt, du machst ja hier das eine Twitch-Projekt, oder? Ja. Und, wie läuft das so? Keine Ahnung, wer wartet noch auf Faker? Wieso Faker? Wer macht das Modpack? Ah. Ja, ich habe es versucht. Weißt du was passiert ist? Was? Ist es gecrashed? Ja. Wegen Greg Tech und Industrial Craft 2. Ja. Und ja, was soll ich anders machen? Da komme ich dann nicht mehr weit. Du könntest ja auch Greg anfragen. Nee. Wieso? Lieber Zwischenmänner. Gehst einfach zu Greg hin, ziehst die Hose hoch, haust dein dickes Ding raus und sagst Ey Greg, dein Mod ist kacke, hilf mir mal. Haha. Warte mal. Hm. Ich warte mal. Ich glaube wir brauchen ein Warns-Item-Loader. Ich glaube wir brauchen ein Warns-Item-Loader. Die habe ich eben noch gesehen. Ist kein Problem. Okay. Wir hatten meine Stahlschuffeln hier irgendwo in der Tore gehabt, oder? Nein. Nö. Stahlachs und Pickaxe. Gut. Äh. Zwei Advanced-Item-Loader, oder? Ja. Äh. Warum ist Greg die Lokomotiv in die falsche Richtung gefahren? Okay. Vielleicht würde ich noch die Schaufel. Oh, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Okay. Wie sind die Sticks denn auch noch mal? Zwei Stahlplatten. Ups. Jetzt habe ich die Stahlschuffel glaube ich nicht gemacht. Ich vergesse momentan teilweise irgendwie wirklich immer, dass sich manche eigentlich nichts decken lassen. Fragt mich nicht wieso. Naja. Ich finde es scheiße. Sollte es sich fast alles decken lassen können. Ich meine schon, wenn sowas wie Werkzeug kann ich das verstehen. Okay. Ja, die Advanced-Item-Loader sind fertig, ne? Okay. Ich hier bald auch. Ich hatte da noch ein bisschen Erzverarbeitung. Ja, nicht genug, ne? Ach, halt die Schnauze. Ach, Zertus-Quarz. So, da ist das schon alles durch. Zertus-Quarz habe ich schon längst reingeworfen in die Erzverarbeitung. Ist das schon alles durch? Ich schau nach. Ich habe mir irgendwelche Pipes, die Wasser leiten. Liquid-Octs. Äh, Fluid-Conduits. Ja, die Fluid-Conduits gefallen mir. Zertus ist so gut wie durch. Nur noch 8. Ich weiß das schon mal in Sai. Moment. Moment. Gut, machen wir Small-Pile auf Zertus-Quarz gleich alles in einem. Wow. Da wurde schon mal auch nichts zurückgesetzt. Äh, kannst du mal einen Liquid-Node machen? Sofort. Eine Liquid-Node. Eine Liquid-Node. Eine Liquid-Node. Bist du sicher, dass es Liquid-Node heißt? Hm, einfach nur Node heißt es, glaube ich. Okay. N-O-T-E, oder? D. 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 Meinst du, die von Extra-Utilities oder was? Ja. Ach so. Jetzt weiß ich auch wo ich standen. Okay. Ok, was haben wir? Fast alles. Ne, das war jetzt Energy, oder? Ja, Liquid. Stone. Machen wir noch ein bisschen was. Blub. Wie viele brauchst du? Eine? Ja. Item habe ich. Wann will ich noch einmal? Ich habe zwei rausgenommen, warte ich kann einen reinwerfen. Ok. Bitte. Danke. Danke. Und eine Transferanaut. Oh, wir haben auch wieder Quazitast. Kenn ich gar nicht. Hä? Kenn ich gar nicht mehr. Musst du auch nicht kennen, das war hier dieses tolle Quack-Tech-Erz hier. Und dafür gar nichts gebraucht hast. Ok. Weißt wofür wir das immer gebraucht haben? Für was? Für den Recycler. Mehr nicht? Mehr nicht. Unnötig. So, wir haben jetzt 3.240 Small Pile of Zertus Quads-Tast. Läuft. Und jetzt haben wir 4.944 Zertus Quads das. Kann man daraus keinen Zertus Quads machen? Für Flurz das. Silikon. Ehhh. Chemical Reaktor mit Sodium. Warte. Braucht ihr Chemical Reaktor? Also irgendwie will die transferen und nicht funktionieren. Was fehlt denn? Nix. Die will einfach nicht funktionieren. Ok. Wäre auch so gut wie kein Stahl mehr, ne? Echt? Lass mal ein bisschen was produzieren. Ach, jetzt will es funktionieren. Ja, ok. Hä? Wo nimmt der das her? Christian? Ja? Wo kommen die ganze Zeit die Stahl wieder hin? Ach, steigen die? Also ich habe vorhin nichts in Auftrag gegeben, ne? Ne, komm mal her. Ich finde das echt interessant. Schau mal da rein in die. Okay. Also es ist ja nur ein Basic Import Pass, ne? Mehr ist da nicht dran. Warte mal. Ja. Und jetzt nehmen wir hier. Ich habe jetzt das ganze Comfort Sweatstone, was wir im AE hatten. Ja. Habe ich schon gerade mal im Inventar. Nimm das, nimm das mal raus. Nimm das, nimm das mal raus. Nimm das, das ganze Comfort Sweatstone da raus. Ja. Hä? Das war in nem Hopper drin. Nein, ich habe da reingeguckt, da war nix drin. Ich habe das nämlich da reingelegt damals. Ich habe es auf der Aufnahme, aber mir wurde da nix angezeigt. Ey. Boah, ich kenne grad richtig. Ich dachte schon ich wäre auf den Kopf gefallen. Okay. ja.